Hallo meine Freunde und da bin ich auch wieder an meiner Seite, der Sandro von Limited Gaming als Verstärkung und zwar, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt und gelesen habt, es ist jetzt Freitag, die Wahl ist zu Ende was meinen Verein dann anbelangt. Es gibt zwei Vereine, die haben genau gleich viel Stimmen und das ist Ingolstadt und Fürth und jetzt wird entschieden per Zufallsgenerator, welcher Verein genommen wird. So Sandro, du sagst jetzt Kopf, was Zahl ist und ich tue dann einfach Münze neu regenerieren. Gut, dann würde ich sagen Kopf ist Ingolstadt und Zahl ist Kräuter Fürth. Okay, gut, dann klicke ich jetzt auf Münze neu werfen und... Okay, was war Zahl? Zahl war Fürth, ne? Kopf war Ingolstadt und Zahl war Fürth. Okay, ich klicke jetzt, ich klicke jetzt und ihr seht, es wird gleich die Seite neu laden. Pam, sie hat neu geladen und es ist Zahl rausgekommen. Damit hat wer gewonnen? Euter Fürth. Okay, damit wird für das nächste YouTube Projekt Kräuter Fürth mein Verein sein. Ich wünsche euch viel Spaß und für die, die Ingolstadt gewählt haben, vielleicht beim nächsten Mal. Und ich bin einfach dran, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich bin einfach dran, tschüss und